Die Wassertemperaturen fallen und die Fische werden jetzt von Tag zu Tag immer aktiver und suchen nach Nahrung, bevor sie dann schlussendlich zum Winter hinterfressen, langsam runterfahren und fast einstellen. Jetzt zu dieser Jahreszeit sind die Fische besonders agil, bewegen sich sehr viel und nehmen innerhalb kürzester Zeit viel Nahrung auf. Gerade zu dieser Zeit ist es wichtig, dass unsere Vorbereitung und dass die Zeit, die wir am Wasser verbringen, besonders gut vorbereitet ist, sodass wir den möglichst schnellen Erfolg oder den möglichst perfekten Erfolg erzielen können. Zu diesem Thema durfte ich einen Vortrag in Eisenstedt halten, welcher mir mega Spaß gemacht hat und was auch ein super Publikum war, weil Eisenhüttenstadt eigentlich auch eine Stadt ist, wo ich immer wieder sehr, sehr, sehr gern hinfahre. Bei dem Vortrag ging es um das Zeitmanagement. Das Zeitmanagement ist gerade zu dieser Jahreszeit eines der entscheidendsten Faktoren, wo alle Komponenten ineinandergreifen müssen. Die Futtertaktik muss stimmen, die Location muss stimmen, die Vorfächer müssen stimmen, die kompletten Montagen müssen stimmen. Ja, es sind alles Punkte, die ineinandergreifen, dass man halt wirklich möglichst den perfekten Erfolg oder den bestmöglichsten Erfolg erzielen kann. Alles zu erläutern wäre natürlich jetzt etwas lang und würde den Rahmen sprengen. Dadurch habe ich mir gedacht, wir fassen mal alles ganz schnell in einem kleinen Video zusammen, wo ich euch jetzt ja sprechend begleite. Fangen wir natürlich an mit der Session. Ist es im Vorfeld wichtig, dass wir die Stellen ganz genau kennen, dass wir die Stellen vorbereitet haben, sodass wir halt mit dem minimalsten Tackle direkt auskommen und diese Stellen auch bequem anlaufen können, ohne dazu gleich sofort zum Packesel zu werden. Gerade Tackle, was sehr leicht ist, oder Taschen, die halt genialerweise kombinierbar sind, bieten die ideale Grundlage dafür, dass es unserem Rücken danach noch einigermaßen gut geht, wenn wir das eine Woche über durchgezogen haben. Gerade die Abendstunden sind sehr erfolgsersprechend. Gerade kurze Nächte, so nach der Arbeit und früh ist wieder ins Büro, sind halt Tacklecken, die ich momentan sehr gern anwende und welche in der Vergangenheit schon sehr gut funktioniert haben. Idealerweise hat man Taschen, welche man so schön kombinieren kann. Damit umgeht man einfach, dass man viele kleine Taschen dabei hat, welche unnötig Platz mitnehmen und welchen unnötigen Ballast darstellen. Die Vorbereitung ist bei solchen Sessions besonders wichtig. So hat man im Vorfeld schon einen Überblick, welche Stellen befische ich, wo liegen die Spots und kann sich dementsprechend schon vorbereiten, dass man am Wasser die möglichst wenig Zeit damit verbringt, zusätzliches Tackle aufzubauen oder Pots aufzubauen, rumzuschrauben und damit einfach unnötig Lärm am Wasser macht. Die Spots sollten natürlich so gewählt sein, dass sie von einer Stelle aus befischbar sind. Gerade wenn man jetzt zu dieser Jahreszeit mitunter schon im Dunkeln an den Spots ankommt, ist es halt wichtig, dass man diese schnell erreichen kann und dass man diese idealerweise anwerfen kann. Hotspots natürlich, die Fische halten sich sehr gerne zum Seerosen aus, weil sie an Seerosenfeldern sehr viel Nahrung finden. Sie finden viele Muscheln. Gerade Schilfbänke bieten den Muscheln auch momentan noch idealen Lebensraum, wo sie sich an den Stängeln festsetzen. Solche Stellen sind natürlich Plätze, wo die Fische sofort anfangen mit Fressen. An eins sollte nicht gespart werden, das ist natürlich die Abhangmatte. Die sollte immer dabei sein und diese sollte man nie vergessen. Die Routen, die Montagen an sich, hat man im Vorfeld schon vorbereitet, weil wir uns bei der Location ganz genau angeschaut haben, welche Bereiche befischen wir, wie sind die Unterwasserstrukturen, ja, habe ich etwas im Wurfweite, habe ich Hindernisse, habe ich viele Muschelbänke, brauche ich Schlagschnüre, das sind alles Sachen, die wir im Vorfeld bei der Location ganz genau unter die Lupe nehmen müssen, so dass wir halt auch am möglichen Angeltag ganz wenig Zeit damit verbringen sollen und die Routen schon perfekt vorbereitet sind, so dass wir nur noch zum Köder übergeben müssen. Es ist immer wichtig, dass man bei der Futterstrategie schaut, welche Bereiche befütter ich. Habe ich Krautlöcher, wo ich wenig Futter auf engstem Raum platzieren muss, dann muss ich natürlich auch die Vorfächer dementsprechend kurz halten, weil sich die Fische bei der Nahaufnahme sehr wenig bewegen. Habe ich große Kanten, wo ich auf Vertrauen füttere, das Futter über einen großen Platz streue, muss ich die Vorfächer etwas länger wählen, so dass die Fische auch bei der Nahrungsaufnahme sich durchaus mehr bewegen können und nicht gleich der Haken am äußersten Ende der Unterlippe hängt, so dass wir den Fisch leider verlieren. Auch die Bereiche sind wichtig, wo wir fischen, wie sind die Unterwasserstrukturen, so dass wir uns auch mit den verwendeten Vorfahrtmaterialien ganz genau anpassen können. Gerade bei den unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Spots ist es wichtig, dass wir auch unterschiedliche Köder verwenden. Ich zum einen nehme immer einen kombinierten Köder, welcher sich aus einem halben Sinker, aus einem halben Pop-Up zusammensetzt, wo es perfekt ausbalanciert und der Fisch braucht wenig Ansaugdruck, um den Köder einzusaugen. So gleicht man halt dieses zusätzliche Gewicht ja zum Haken einfach aus und so kriegt der Fisch das einfach überhaupt nicht mit. Andere Vielfalt oder andere Anwendungsmöglichkeiten, schnelle Anwendungsmöglichkeiten bieten uns natürlich diese Extended Boyly Stops, wo wir ja auch kürzere Haarlängen einfach ganz schnell in Länge umwandeln können, so dass wir auch Probleme mit größeren Köder verwenden können, ohne gleich die komplette Montage oder das komplette Vorfahrt wechseln zu müssen. Gerade bei kurzen Sessions, wo wir auf großen Futterplatzen fischen, ist es wichtig, dass wir auch auf einer Route ein bisschen mehr Druck bringen, dass wir einfach die Lockwirkung an einer Route erhöhen, so dass sich an dieser Route schnellstmöglich Fressaktivitäten von kleinen Fischen erzielen und so auffällig, oder wenn wir so auffällig fischen, konzentrieren sich viele kleine Fische direkt auf diese Montage, würmen alles hoch und diese Fressaktivität scheucht oder zieht die Karpfen eigentlich magisch an, weil die hier sehr, sehr neugierig sind. Bevor wir jetzt aber zum Werfen auskommen, ist halt noch ein entscheidender Punkt die Scheuwirkung oder die Scheuchwirkung einer Montage. Daher ist es wichtig, dass wir die Spots, bevor wir sie anfangen, noch mal ein klein wenig nachfüttern, dass die Fische erst nur ein bisschen vom Futter aufgescheucht werden, anstatt zugleich die Montage reinklatscht und die Fische ganz genau wissen, oder gerade die erfahrenen Fische ganz genau wissen, Moment, da ist was schief, da muss ich mal wegschwimmen. Das wollen wir natürlich umgehen, daher einfach, bevor wir die Route auswerfen, ein bisschen Futter direkt schon mal auf den Spot drauf. So schießen die Fische zwar kurz auseinander, aber kommt ganz schnell wieder, weil sie dieses Geräusch vom vorherigen Füttern ja schon kennen. Gerade bei der Futtermenge ist es momentan wichtig, dass man es nicht übertreibt, weil die Fische sind viel unterwegs und nicht immer werden die Spots sofort angeschwommen. Daher ist auch jetzt immer noch eine Futtermenge von einem halben Kilo alle zwei Tage pro Route völlig ausreichend. In der Regel ist es eher sinnvoller, mehr Klasse zu verwenden, also mehr Qualität zu verwenden, anstatt einfach nur auf Masse zu setzen, um die Fische möglichst schnell da halten zu wollen. Daher ist es wichtig, dass wir bei der Location schon uns die Stellen ganz genau anschauen und ganz genau sehen oder ganz genau herauskriegen, wo halten sich die Fische auf, wo ziehen sie natürlich lang, wo sind natürliche Fressruten, wo wir dann gezielt auf das Vertrauen füttern können, sodass wir die Fische einfach an diesen Spets nicht gewöhnen müssen, sondern diese einfach nur Vertrauen schöpfen in dieses Futter, was wir über einen größeren Zeitraum oder über eine größere Distanz füttern, wo die Fische immer mal nur Stück für Stück finden. Da haben sie schneller Vertrauen drin, als wenn viel Futter auf einer Stelle liegt. Diese stimmt sie eher auf misstrauisch. Ja, haben wir die Routen platziert, ist es natürlich wichtig, ganz schnell und möglichst geräuschlos unser kleines Lager auszubauen. Gerade bei diesen Temperaturen ist es jetzt nicht notwendig, noch ein überflüssiges Zelt oder Schirm mitzuschleppen. Darüber hinaus ist es sehr entspannt, gerade nach einem stressigen Tag, einfach unter freiem Himmel zu liegen, die Sterne zu sehen und einfach nochmal komplett abzuschalten. Ab und zu ist es ein bisschen nervig, wenn das ganze Laub dem Baum runterfällt und einen nachts ins Gesicht landet. Aber das sind kleine Wehwehchen, die man doch ganz locker in Kauf nehmen, wenn wir dafür einen wunderschönen Fisch direkt nach der Arbeit fangen können. Ja, jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick gesehen, wie ich so ein bisschen meinen Angeltag gestalte oder mein Feierabend gestalte. So gerade in dieser Session oder gerade in dieser Jahreszeit mache ich das sehr gerne und so vorbereitet sollte es denn auch klappen mit unserem Herbstbullen, den wir dann hoffentlich fangen. und so weiter. Das war's. 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 Das war's.